Tja, moin Leute, euer Trace hier. Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Radomizer Nuzlocke. Ich hab ein bisschen weiter gelevelt. Jetzt ist so alles 29, 30. Äh. Virus hab ich ein bisschen, naja, Donnern gegeben. Damit wir eine Elektroattacke haben. Yay. Mehr was ist mir jetzt erst mal nicht wert. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren mal die Arena. Hoffentlich kriegen wir's hin. Fick dich. Jetzt will dieser Spaß hier schon wieder. Ich hasse dich. Jareb, fuck you. Hoppala, reingelegt. Keine Sorge, ich renne dich nicht bei jedem unseren Treffen um. Ich hasse dich immer noch. Ja, nerf mich. Kräftig hoch, Apple, dann wollen wir mal sehen wie C. Ach nein, doch, du willst kämpfen nicht, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Jareb, du bist scheiße. Jareb, du bist immer noch scheiße, ich hab ein Schwabiner 34. Ich bin unter Level unendet, ganz ehrlich. Ach nee, ich hab... Also wenn's trifft, freu ich mich, wenn nicht, dann... Jareb, ich hasse dich. Ich hasse dich. Eroarsch. Das tötet mich, ne? Doch, Backe, geil. Jareb, ich hasse dich immer noch. Kokowai. Hä, warum wächst mir Kokowai hier rein? Um 46. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Jareb. Ich hasse dich, ey. Warte mal. Sein Owei wurde zu Kokowai, ne? Er hatte ja Owei als Starter-Pokamon. Stimmt. Jareb, ich hasse dich immer noch. Was mach ich denn jetzt? Regi, rein da. Ja, Eierbombe, das überlebe ich, Laja. Flammer. Und jetzt stirbt Kokowai. Obszönitäten sind witzig heute. Schwer hat man Ivi-Takt zum Schlafen gebracht. Ich hasse ihn. Polly mit dem Cracker. Mein Kader, level 20, nice. Äh, trifft CPD. Ähm. Ich will das... Jack das macht. Jack hat Biss. Regi hat auch Biss, aber ich will das Jack das macht. Wobei, ich äh, Jack hat nämlich noch Eiszahn. Eiszahn ist noch ein bisschen stärker. Trägt ja die Eisplatte. Habt ja auch ewig da ist, aber ich weiß gar nicht, was stärker ist. Ist auch nicht so wichtig. Unheilböhn. Äh, nein. Ach, es ist super, wenn ich in der Aufnahme angeschlägen hätte. Ich mag das total gerne. Stirb mit Cepheli. Finalschlag, ey. Hätte ich dann denken können, aber... Ist ja nicht so viel passiert, ne? Bruder, fickt mich. Jack bleibt drin. Ich gebe mir einen Top-Krank. Danach gebe ich, äh, ihm ein Eiszahn. Danach sollte er tot sein. In der Regel. Selbst nach einem Links-Drop. Das kann noch... Ja. Nee, nee, fickt dich. Energiefokus. Kritte mich ja nicht um. Jack, du machst das. Och, du Kacke. Ja, zum Beispiel kein Critt. Das hätte blöde enden können, aber super. Das ist ein guter Lander am Eiszahn überleben. Nach einem Attack-Drop, ne? Äh, ja, Mann. Kabel, 21, entwickelt sich gleich, aber... Das will ich halt noch nicht. Weil... Ich will, dass ein Kader erst sich auf 25 entwickelt. Ist mir, ehrlich gesagt, nie wahr. So, das hat mich recht erschreckt. Willst du was Tolles wissen? Ich bin jetzt Lehrling bei Herrn Marinos. Bald werde mir die ganze Welt blablabla. Ich mag dich nicht, immer noch nicht. Jared, Jared, du bist scheiße. Keiner mag Jared. Very. Oh Gott, ey. Der hat ein Pokowai auf 36. Was hat denn der Arenaleiter? Früher hatte er auch ein Gardus gehabt, ne? Auf, ich glaube, 37, 38. Alter. Dang. Meine Pokémon sind alle auf 30. Mein Gott, was soll ich großartig machen? Ich will erst mal gucken, wie schlimm es wird. Zeig mal erst mal. Ich will mal mit Zapir starten. Und dann analysieren wir mal, was die Leute hier haben. Das ist eine Drachenarena, wa? Das ist eine Drachenarena, wa? Drachen oder Poker? Das kann ich noch nicht sagen. Das macht keinen Schaden. Aber Zapir könnte das Altarier hier wirklich glatt machen. Und Altarier ist übrigens einer meiner Lieblingsblockmann. Nummer 2. Ich finde die Megaentwicklung von Altarier nur scheiße. Competitive möglich, äh, tauglich schon, ja. Aber, das macht irgendwie Altarier ein bisschen kaputt. Das arme, süße Ding. So ein Wolkenvogel. Ich liebe dieses Ding. Aber, da wir jetzt hier sehen, wenn es vielleicht Drache oder Poker ist, kommt Zap garantiert hier raus. Und macht das ja. Für uns. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Irgendwas mache ich hier grundlegend falsch. Ja, fast. Ich muss hier rechts hoch. Nee, da oben. Gut. Heini. Ich liebe Seedracking. Aber nicht als mein Gegner. Ähm. Ja, das macht keinen Schaden. Keinen Schaden. Ich kann ihn ein bisschen mit Biss versuchen zu flinschen. Und so, aber... Ihr seht ja, wo... Was hier los ist. Oder ist er so, was hier los ist? Und so, was hier los ist. Ich bin ein Mönch. Ich bin ein Mönch. Äh... Ja, ich weiß, dass du Agilität lernen willst, aber das brauchst du nicht. Drachen, sonst wäre mir viel Liebe. Jetzt darf ich wieder rauslaufen, mir ein paar Trecke gehoren, weil ich das natürlich vergessen habe. Wie kann man nur so unterlevelt in der Arena gehen, aber... Ähm, das ist schon richtig so gewesen. Ich hätte einfach rauslaufen können, glaube ich. Oder nicht. Warte. Ich komme auf dieses Rätsel noch nicht so ganz klar. Irgendwie hatte ich das schon hunderttausendmal gemacht, aber irgendwie komme ich auch nicht aufgelaufen. Oh, zwei. Eine Drachen, Arena. Drachen. Es gibt so einige Drachen, die ich absolut nicht sehen will. Und die werden alle scheiße sein. Aber alle. Ich meine... Näh. Was soll ich dagegen jetzt nur tun? Zum Beispiel Palkia wäre kacke, Dialga ist kacke, Rayquaza ist kacke. Das sind alle kacke. Wir werden alle die Möglichkeit haben, hier vielleicht zu sehen. Was können wir hier noch bekommen? Ein paar, da bräuchte ich vielleicht nur zwei. Ach, ist okay erstmal. Probieren wir das weiter. Ich weiß gar nicht, wann Seedraking Drachenodom erlernt. Wäre geil. Aber für die Arena ist Seedraking hier im Prinzip nicht so gut. Jack wird das hier wahrscheinlich eher machen müssen. Aber Jack kann das eigentlich. Er ist ja... Er ist ja tough. Er hat ja auch einen Seedraking gerade 101. Ist schon alles. Oh, mein Jürgen ist im Arsch. Naja, wo auch sonst, ne? Wenn man vom Teufel spricht. Hä? Wieso bin ich eigentlich schneller? Jetzt weiß ich aber eine Sache. Ich bin nicht mehr schneller. Und das tut richtig weh. Alter. Das tut richtig weh. Drachen-Tanz-Reik-Faser und dann Drachen-Klauen. Fuck, yo. Ich habe einen Latias. Latias ist scheiße. Obwohl... Ich bin am überlegen, Virus das machen zu lassen. Virus kann das. Glaube ich. Regen kann das auf jeden Fall. Er hat ja ein bisschen... Ich bin sehr... Boah. Bodyguard. Ja, ist okay. Trotzdem ist das übertrieben, ey. Drachen-Pokémon. Pass auf, Powerhacks Ach, ich liebe dieses Spiel Ich liebe dieses Spiel Ganz ehrlich, fick dich Kritt Nee Alter, ey Nein, lass So scheiße Nein, den Kaderbund Vergebt sich jetzt nicht Ich würde dir gerne Ewigstein geben, aber EP-Teil ist gerade praktisch Ich wusste irgendwie garantiert, dass ich hier mindestens ein paar Heiler brauche, ey Oh, diese ganzen Drachen, die sie hier haben Nee, hab ich nur vergessen Jack Jack, das Mammut Ähm, ja Ähm, ja Wie soll ich da eigentlich schwimmen? Kindwurm Damit kann ich sogar noch leben Ich habe ja selbst ein Kindwurm-Haar Aber Ähm, das trainiere ich noch nicht, weil ich das Ich glaube, jetzt könnte ich das gerade erst mal so eine Drasche entwickeln Wenn überhaupt Ja, das Ding ist jetzt 27 Aber die anderen sind ja teilweise 30 Ich bin schneller als ein Knack-Krack Ja Ähm, willst du einen One-Hit? Nicht ganz Ah, ja Bam Yes Jack, du machst das, du kiss dir alle Drachen Jack, der Drachentöter Drasche Wenn du um Teufel sprich Also ich bin ja ein Fan von Brutalander, ne Weil Brutalander ist echt stark Aber ich bin eher so ein defensiver Brutalander-Nutzer Riesencooler 100 Mal sogar Du kannst damit Zum Beispiel Ruhrort drauf haben Hast du ein Bedroher? Ist eigentlich immer super geil für physische Sachen Ach Sind Kader schon wieder an der Werbung? Yay Aber ich hoffe, dass Ding kommt nachher einigermaßen Äh Ist nachher auch einigermaßen nützlich Ich muss nachher, wenn ich das dann tatsächlich auf 25 entwickeln Noch einen Platz freilassen, ne? Äh Sonst habe ich keinen neuen Turm So Weiter geht's Die Veldra Sowas sehe ich gerne Wache Boden Was kriegt Jack aufgeblieben Ohne Weiteres Tja Jack 31 Igel Relativ höher der Restteil, ne Kaum erlaubt Jupp Eisszahn Nein, schon das kaum hat Glaub ich Was ist das denn schon auf 5 Drachenlood können oder so Oder nein? Äh Oh, Kind Wohin Das geht ja noch Das könnte 100.000 Mal schlimmer sein Angleralf Es ist ein Alf Okay Ich weiß noch, dass es hier runter geht Das ist einfach nur ein Trollen hier links Und dann haben wir Fickleben hat da Und dann wollen wir mal sehen Habe ich den auch noch tot bekommen Wir wollen ja den Down haben, ne? Ach, bitte ist das nicht so schlimm Seht an Fickleben Okay Ich habe mir jetzt was überlegt Äh So eine kleine kleine Zumindest Ich fächsele jetzt Virus rein Was hat er denn wohl gekriegt? Er macht ein Virus das hier ein bisschen Gute 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 Verwirrung Ich bin stolz auf dich, weil es Donner wird zwar nicht so viel Oh, es macht mehr Schaden Ganz klar Aber Zack Ist doch ein Donner Und wenn alles gut geht Haben wir es auch okay in der Tasche Du willst nicht, du willst nicht Noch mal Achillität Was ist so Komm schon mal, dass du triffst Bam Ich mag Porygon Porygon ist einer der coolsten Ever Latios 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 ist natürlich ein Böses Ding Regi kann das Ding aber handeln, ne? Hat ja Hat ja Biss Nur Latios ist halt offensiver als Latias Hab ich ja gemerkt Jupp Ah, Schutcher, yeah Okay Wenn jetzt alles gut geht, ist das ein klarer Kill Aber ich krieg natürlich schon wieder die Para Die Para Nein Damit ist Regi schon wieder nutzlos Yay Und Garda Schon wieder Und Bruder Lander Und da Das macht natürlich Jack Wer sonst als Jack Alligator Jack Gut, dass das Ding Eis zahlen kann, ey Buh Ja, ich weiß, du willst die Entwicklung Darfst aber noch nicht Aus zwei Gründen Kein Pokeball Und, äh, kein Dings Geh mal So Mit dem hab ich schon geredet Marinus kommt noch nicht dran Ich werde mich erst erstmal hochheilen Das war's dann für den Part Äh Und, ja Derweil Freu ich mich schon drauf Euch gleich Marinus vorzustellen Den behinderten Drachen Arena Leiter Wie ich ihn jetzt nennen kann Bäh Buh Keiner mag den Marinus Kann ich auf irgendwas verzichten? Was, äh, was weiß ich Wo ich das absolut niemals brauchen werde hier Dass wenn, äh Ein Kader sich gleich entwickelt Dass ich das Ding mitnehmen kann Ich glaub, ich werde auf Ibitac Ibitac hatte ja sowieso nichts gemacht, ne? Es war jetzt ein bisschen risikoreich, aber Hacke, hab ich übrigens Hacke Dann haben wir vermutlich, äh Nächsten Parten, äh Nenjask und Nenjaturm Ich liebe Nenjaturm Ich muss noch gucken, ob ich ein paar Bälle habe Ich baue Bälle Ich laufe noch davor und dann, oh, haben wir das So, habe, das habe ich Tränke Ach, ne, habe ich noch alles, okay, alles gut Ist ja gut, Mensch So Jetzt darf ich schon wieder laufen Ich hasse es Aber zum Glück dauert es nicht so lange Wenn man den Weg ja schon kennt Sieht so aus, als könnte man da rüber, ne? Aber das ist ja Unsinn Pokémon ist schon so ein schönes Spiel Ich hole mir auch Sonne und Mond Ist jetzt ja bald schon wieder die Zeit Wenn Sonne und Mond da ist, erstmal hart gesuchtet werden, ne? Alles klar Ich würde dann sagen, das war's für diesen Part Ich hoffe, ihr habt Spaß Und dann würde man sagen Bis zum nächsten Mal Tschö mit Nöl